Boah, bist du etwa der Held? Willkommen im Wald der Kroks! Ich hatte ein Bild im Kopf, wie der Held wohl aussieht, aber du bist noch viel, viel, viel heldenhafter! Aber es ist immer noch Luft nach oben und deswegen habe ich eine Prüfung für dich vorbereitet. Na, was sagst du? Stellst du dich meiner Prüfung? Juhu, dann bring mir bitte einen Stab mit Eismagie! Du weißt schon, einen von diesen tollen Stäben, mit denen man sogar Monster einfrieren kann. Eispyromagie verwenden sie, um Unheil anzurechnen, aber in den Händen eines Helden könnte so ein Stab mit Eismagie bestimmt ganz viel Gutes bewirken. Ach, und ich habe nur einen mit Blitz, na toll! Ich habe mal wieder das Falsche, ja. So, warte mal, was steht auf dem Schild? Feuerprobe, Weg aus dem Wald. Okay, ich will zur Feuerprobe. Feuerprobe! Ist das auch der richtige Weg? Der Weg zur Feuerprobe, oder nicht? Werter Held, ich habe bereits auf dich gewartet. Hier findest du die schwierigste Prüfung der Krogs, die Feuerprobe. Du musst es mit dem Krog-Waffen-Set bis ans Ende schaffen. Na, ich versuch's mal. Na, dann los! Du musst Schwert, Bogen und Schild angelegt lassen. Wenn sie kaputt gehen, wird die Prüfung abgebrochen. Hm? Was soll das denn werden? Deine Taschen sind ja voll. Wenn du nicht etwas Platz in deinen Waffenschild und Bogentaschen schaffst, können wir nicht beginnen. Okay, warte, 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 warte. Ich schmeiß hier einfach mal diese Suppenkelle weg. So. Und das brauche ich auch nicht. So. Und warte mal, welche waren das noch? Hier ist noch Platz. Und Bogen müsste doch auch noch Platz sein. Oder nicht? Nee, im Bogen ist kein Platz mehr. Stimmt. Dann schmeiß ich den hier weg. Ach, Quatsch. Moment, den kann ich ja nur so wegschmeißen, den Bogen. Okay, wegwerfen. Okay. Okay, dann gib mal her, dein Zeug. Ich hoffe, es ist gutes Zeug. Schwertbogen und Schild. Und die Sachen dürfen nicht kaputt gehen. Und wenn ich eine andere Waffe benutze, dann ist auch schlecht, oder was? Ich bin gespannt. Das Ziel ist der Schrein am Ende dieses Weges. Also los. Die Feuerprobe. Ja. Drei, zwei, eins. Start. Was habe ich denn jetzt hier für Waffen? Ein Holzding, ne? Kann ich nicht einfach wegrennen? Woho. Da komme ich gar nicht hoch. Ist das nicht schlecht? Muss ich hier nicht durch? Warte mal, den Waldbogen muss ich wahrscheinlich angelegt lassen. Also machen wir das so. Oh Gott. Ich habe alles kaputt gemacht hier. Aber das ist nicht so schlimm. Eichel. Holzpfeil. Den lasse ich mal da. Oh, flammende Fledermäuschen. Wow. Ganz schnell weiter. Ah, shit. Oh, wartet, wartet, wartet. Oh Gott. Hier tut mir alles weh. Hilfe. Ich will halt nicht so oft das Schwert benutzen oder so. Weil ich Angst habe, dass, ähm... Ach, das ist ja ein Sumpf. Ach du meine Güte. Okay. Okay, ne. Ich muss das Schwert benutzen. Aber das ist doch doof. Ich meine, die Schwerter gehen doch voll schnell immer kaputt. Naja, gut. Wir müssen das benutzen, ob wir wollen oder nicht. Wenn das Schwert kaputt ist, ist, äh, vorbei. Das ist natürlich doof. Das heißt, das Schwert wird ruckzuck kaputt gehen. Ruckzuck. Ruckzuck wird es kaputt gehen wahrscheinlich. Hier haben wir einen Röstapfel. Hier haben wir noch ganz viel anderes Zeug. Da ist auch wieder... Moment. Ah, Moment mal. Ich könnte ja auch versuchen, hiermit, ähm, zu kämpfen. Jetzt habe ich einen Topfdeckel aufgehoben. Ganz saft. So. Nein. Na, mach doch. Warum machst du das nicht? Na, geht doch. Shit. Ach, das gibt's doch nicht. Warum bin ich denn nicht gesprungen? Ich hab doch extra gedrückt. Jetzt stell ich mich aber auch blöd an, ne? Aber auch nur, weil ich die ganze Zeit dran denke, dass das Schwert bitte nicht kaputt geht. Okay, jetzt aber. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen doch nur hier durch. Nebenbei sammeln wir alles ein. Das müsste doch machbar sein. Ich muss jetzt gleich hier nur aufpassen bei diesen Flammenviechern. Bei dem da. So. Okay. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Die da oben noch. Na, verdammt. Wie komme ich denn zu denen hoch? Ach, da komme ich auch einfach so hoch. Dann ist ja gut. Nicht rein. Fallen. So, warte, warte, warte. Oh nein, 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 nein. Gibt's doch nicht. Dieser dumme Kopf. So. Okay. Mein Schwert zerbricht gleich. Jetzt dürfen wir es nicht mehr benutzen. Wow. Okay. Au, au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja viel im Krieg hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Es ist nur noch der da. Shit. Da hat's mich selbst noch zerlegt. Egal, wir haben ganz viele Äpfel. Das gibt's doch nicht. Wieso ist der denn nicht gesprungen? Ich habe extra gerade noch das Springen getestet. Und dann auf einmal tut das nicht mehr. Was ist denn los mit dir hier? Na, immerhin müssten ja jetzt wenigstens alle Monster weg sein. Ich guck mal eben nach dem Schwert. Ja, das sieht echt nicht mehr gut aus. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt ein anderes nehme? Ah, okay. Shit. Mann. Mann. Jetzt ist richtig abgebrochen. Verdammt. Okay. Also ich muss die Sachen tatsächlich benutzen. Ja, kann losgehen. Okay. Ich darf die also auch nicht wechseln. Das heißt, ich muss gucken, dass die nicht kaputt gehen. Ich darf die nicht wechseln. Habe ich noch Pfeile? Ah, ich hoffe, ich habe noch Pfeile. So. Dann mal los. Sind jetzt eigentlich meine Pfeile weg? Die ich gerade so verschwendet habe. Mal gucken. Ja. Verdammt. Aber egal. Ich habe noch ganz viele Elektro-Pfeile. Und Holzpfeile habe ich auch noch. Ja. Sehr clever. So. Also ich weiß ja jetzt, wie es läuft. Ich muss dann nur... Ach komm. Gehen wir einfach durch. So. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ich weiß auch nicht. So. Dich muss ich auch so kaputt machen. Dich auch. Okay. Jetzt habe ich hier wieder das Problem, dass... Ähm. So. Hier kann ich halt nicht hoch. Doch. Jawoll. Hüttel. Warte. So. Ist das alles, was passiert? Nein. Sehr schön. So, okay. Der ist auch weg. Jetzt kommen die. Okay. Okay. Sehr gut. Das ging ganz gut. Ich müsste das nur noch aufhören zu brennen. So, jetzt muss ich hier noch aufpassen, wegen denen. Die muss ich jetzt so schnell wie möglich auch kaputt machen. Okay. Der ist zumindest schon mal kurz weg. Sehr schön. So. Ah. Jetzt fangen die schon wieder an. Jetzt fangen die hier schon an, rumzustressen. So. Der ist auch weg. Au, 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 au. Zieh doch mal dein Schild, bitte. Nee. Nee. So. Ganz vergessen, dass das ja so viel einfacher geht mit denen. Ja, wenn man sie trifft. Na, komm. Wieso macht nur der da hinten Terror? Hallo, ich steh hier. Ach, komm. Ach, komm. Vorhin hat das so schön geklappt. Okay. 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 So weit, so gut. Jetzt erst mal wieder ein paar Äpfel essen. Äpfel. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ich glaube an mich. So, jetzt ganz vorsichtig hier extra. vorne ist noch eine Kiste. Aber... Wir haben mehr Zeit. was? Warum? Warum? Warum bin ich denn nochmal gesprungen? Ich hab mich irgendwie erschrocken. Ich hab mich irgendwie erschrocken. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt aber. Ich hab ja immerhin die schon mal ausgeschaltet. Die sind ja nervig. Für die Prüfung verprassel ich meine ganzen guten Pfeile. Sehr ärgerlich. So, es muss doch einen Trick geben, hier irgendwie unbeschadet über diesen Sumpf zu kommen. Aber ich muss da auch lang. Also hier ist schon richtig, aber irgendwas hat gerade auch auf mich geschossen. Kann das sein? Da hinten. Hier sind's noch einer. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Okay. Jawoll. Ein neues Waldschwert. Dafür ist kein Platz. Verdammt. Okay, wartet. Wartet, wartet, wartet. Wir müssen was rausschmeißen. Was schmeiß ich denn jetzt raus? Hier. Das da schmeiß ich weg. Und dann hab ich das neue Waldschwert. So. Ich höre hier irgendein Vieh. Weiß nur noch nicht, was für ein Vieh es ist. So. Ja! Sieg! Ach, nee. Ach, nee. Komm. Na, dann nicht. Hihihi. Muss ich hier jetzt durch, oder was? Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer hat den denn eingeladen? Yeah. Immerhin Kohle finden wir noch hier. So, sehr schön. Okay. Weg damit. Weg damit. Da oben kann ich ja nicht lang, oder? Ich muss doch hier lang, oder? Ja, natürlich. Da vorne ist der Schrein. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen sowas von auf Nummer sicher. Oh Gott. Okay. Sehr gut. Es brennt. Ich muss warten. Die ganze Insel ist abgefackelt. Okay, vorsichtig. Hoffentlich taucht hier jetzt nicht irgendein Monster auf und schubst mich ins... In den Sumpf. Oh, aber ich glaube, wir haben es. Ja, 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 ja. Geschafft! Ja, die Feuerprobe geschafft. Mamun-Rano-Schrein. Oh mein Gott, die Belohnung habe ich mir sowas von verdient. Ja, fehlen nur noch zwei weitere Schreine. Ja, ja, ich will. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Marmurano. Du hast die Prüfung bestanden. Yeah, Marmuranos Segen. Antiker Riesenkern. Ja, Mensch, dann haben wir das ja jetzt geschafft. Es fehlen ja im Grunde dann noch zwei Prüfungen, die wir machen müssen. Und dann müssen wir die Erinnerungen mal wieder auf die Reihe kriegen. Das heißt, dann müssen wir weiter Türme freischalten, also Kartenstücke freischalten und dann die Erinnerungen noch suchen. Und meine Güte, wir haben noch so viel zu tun. Ja, wir haben noch so viel zu tun.